Wir wollten immer anders sein. Einzigartig. Bei objektiver Analyse allerdings zeigt sich, dass wir nur eine von vielen Arbeitsbienen sind. Alle schaffen es, reich zu werden. Nur du nicht. Was ist das vermeintliche Problem? Wir sterben. Wer ist wir? Wir. Wir selbst. Aber hier ist nur einer von Ihnen. So mag es wirken. Hallo Quinn. Wie läuft's? Es läuft gar nicht gut. Nein? Entschuldigung. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben, Angst vor offenen Plätzen, Angst vor Menschen. Wir fürchten nichts so sehr wie nichts. Werden Sie jetzt kompliziert? Top-Leute waren schon dran, es zu knacken. Noch bevor ich dazu kam. Niemand hält's lange aus. Ein echtes Burn-out-Projekt. Das Zero-Theorien. Streng geheim. Null muss einem 100% entsprechen. Viel Glück. Ich geb' ihm zwei Wochen. Bist du alleine hier? Wir sind in der Regel überall alleine. Null muss einem 100% entsprechen. Wo sind wir? In deinem Kopf. Hier sind wir sicher. Null muss einem 100% entsprechen. Was ist denn passiert, Mann? Das Leben. Das Leben passiert jedem, okay? Der einzige Grund, weshalb Sie nicht lachen, ist, dass Sie der Witz sind. Du hast einen großen Fehler gemacht. Wir glauben Ihnen nicht. Warum wollen Sie unbedingt beweisen, dass alles nur umsonst ist? Wir wollten im Leben immer einen Sinn erkennen, den Sinn unseres Daseins. Wir sind verbunden. Wir können wirklich zusammen sein. Wir sehen uns vom nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020